Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch mal wieder meine Empfehlungen bei Look Fantastic, denn die haben gerade einen richtig krassen Sale, bis zu 40%. Ich habe mir ein paar richtig schöne Teile bestellt, relativ viel von By Terry muss ich sagen, da war ich sehr interessiert dran, denn die haben neue Produkte. Ich habe aber auch ein paar Klassiker bestellt, ich habe noch ein paar andere Marken, auch Parfum mit dabei, was wir austesten werden. Wenn ihr Lust dazu habt zu sehen, was das konkret ist, was es da für einen Sale gibt und welche tollen Deals, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. Ich verlinke euch natürlich die ganzen Details unten in der Infobox. Das sind wirklich sehr, sehr viele Produkte und sehr viele Marken, die unterschiedlich rabattiert sind. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video drehe, kann ich das noch nicht überprüfen. Ich habe hier nämlich nur die Info über die Rabatte generell. Zum Teil könnt ihr aber auch noch zusätzlich meinen Extracode FRANKALF anwenden. Dann bekommt ihr nochmal bis zu 5% Extra-Rabatt. Da ich das gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video drehe, noch nicht überprüfen kann, schreibe ich euch diesmal keine Preise rein. Aber ich verlinke euch die Produkte einzeln, das heißt, ihr könnt dann nachschauen. Hier sind nämlich auch ein paar richtig coole Neuheiten, zum Beispiel von By Terry dabei, aber auch von diversen anderen Marken. Ich habe das alles auch schon ausprobiert. Ich werde ein paar Sachen auch neu mit euch testen. Und ich habe mir überlegt, da ich euch so viele schöne Produkte zeige, möchte ich auch wieder gerne etwas an euch zurückgeben, denn mir wurde auch ein bisschen was von Clinique zugeschickt. Das zeige ich euch am Ende des Videos. Und davon werde ich euch auf jeden Fall auch einen Teil verlosen. Und ich packe euch generell eine Mystery-Beauty-Bag im Wert von über 200 Euro. Da wird ein Teil von Clinique drin sein, ein Produkt von Avant, ein Produkt von Mudmaski. Alles richtig coole Teile für die Pflege. Also wenn ihr daran teilnehmen wollt, schreibt mir einfach einen netten Kommentar. Gerne mit dem Hashtag Mystery und schon wandert ihr in den Notstopf. Und schreibt mir vor allen Dingen auch gerne mal eure Empfehlung bei LookFantastic. Was kauft ihr da ständig nach? Weil zum Beispiel Olaplex ist auch sowas, das ist da jetzt auch krass rabattiert. Und das ist sowas, was ich mir permanent nachkaufe. Was ich richtig gut finde und schon seit Jahren verwende. Also es gibt ja so ein paar Cold Favorites Classics, die man gerne nutzt. Schreibt mir das auf jeden Fall. Die ganzen Details dazu verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall gerne rein. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's. So und bevor ich euch meine Empfehlung bei LookFantastic zeige, zeige ich euch noch eine ganz coole Empfehlung. Und zwar, was Klamotten betrifft. Dieses Video ist wieder in netter Weise in Kooperation mit Armed Angels, einem Kölner Fair Fashion Label entstanden. Ich habe schon diverse Videos mit denen gemacht. Ich finde die Klamotten richtig cool. Die meisten Sachen sind aus Bio-Baumwolle oder aus recycelten Materialien. Das zeichnet sie aus. Das machen sie schon seit über 15 Jahren. Lange schon, bevor Nachhaltigkeit das Thema schlechthin ist. Und aktuell haben sie gerade eine richtig coole Aktion zu ihrer Activewear. Also sprich zu Leggings, Sport-BHs, Sweatshirts. Und aktuell haben die gerade einen coolen Deal. Bei einer Bestellung ab 70 Euro gibt es mit dem Code FRANKA-AA gratis ein Handtuch mit dazu. Ich zeige euch gleich die Teile, die ich mir ausgesucht habe. Ich stehe auf schwarz. Kann man gut erkennen. Und ich habe mir eine Leggings ausgesucht. Die ist der absolute Kracher. Die ist richtig geil vom Schnitt. Und ich muss sagen, ich habe mit solchen festeren Leggings immer ein bisschen Probleme. Weil die mir entweder zu eng sind rund um die Waden. Weil ich relativ breite Waden habe. Oder sie sitzen mir am Bauch auch ein bisschen zu eng. Gerade auch so, wenn das so hochgeschlossen ist. Und ich muss sagen, diese Größe passt perfekt. Ich habe da eine M. Und ich habe noch nie eine Leggings gehabt, die mir so gut gesessen hat. Die rutscht nicht. Und vor allen Dingen hat man da auch keine unschönen Dellen drin. Und wenn ihr damit Sport macht oder ihr geht irgendwie in ein Fitnessstudio, sieht das einfach mega aus. Also ich bin total begeistert. Ich habe schon so viel ausprobiert. Bisher habe ich keine gefunden, die mir tatsächlich so gut gefallen hat. Dann haben die auch Sport-BHs. Die haben auch so Bralettes. Die haben ganz unterschiedliche Variationen. Ich habe mir einen relativ fest sitzenden Sport-BH ausgesucht. Weil ich tatsächlich auch wieder mit Sport angefangen habe. Bei mir ist es immer so, ab und zu bin ich voll drin. Und dann lasse ich es wieder schleifen. Und schöne Teile motivieren einen natürlich auch, wieder Gas zu geben. Und gerade mit diesen Teilen könnt ihr auch echt gut in ein Studio gehen. Oder sie auch einfach so draußen tragen. Denn ich mache auch super gerne draußen Sport. Gerade wenn das Wetter jetzt so schön ist. Und dann sieht man auch gleichzeitig gut aus. Dann gibt es dazu auch ein passendes Handtuch. Und es gibt auch diverse Sweatshirts. Die sind dann übrigens alle aus Bio-Baumwolle. Und der Stoff ist einfach mega weich. Den Pulli, den ich mir ausgesucht habe, der ist mir ein kleines bisschen groß. Ich kann den super verwenden, um ihn mir nach dem Sport überzuziehen. Das ist aber eher ein Oversize-Pulli. War mir nicht so ganz bewusst. Nur damit ihr Bescheid wisst. Die anderen Teile, die sind ein bisschen mehr auf Figur geschnitten. Und sind nicht ganz so riesig. Habe ich jetzt auch bei anderen gesehen. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Mein liebstes Produkt ist auf jeden Fall die Leggings. Die finde ich absolut super. Vor allen Dingen, weil sie sehr bequem ist. Man alle Bewegungen damit machen kann. Und sie trotzdem super gut ausschaut. Dieses Material ist aus 93% recycelten Materialien. Und es zeichnet sich dadurch aus, dass es atmungsaktiv ist. Strapazierfähig. Und schnell trocknend. Und das finde ich perfekt. Also wenn ihr Lust habt, die Marke mal auszuchecken. Schaut in die Infobox. Da habe ich euch das verlinkt. Auch nochmal mit dem Code. Und auch die ganzen Produkte, die ich euch gezeigt habe. Jetzt geht es weiter mit dem Video. Viel Spaß. So ihr Lieben, dann starten wir jetzt mal mit meinen Sale-Empfehlungen. Beauty Haul bei Look Fantastic. Sachen, die ich auch neu bestellt habe. Und zwar hat The Inkey List auch 20% Rabatt. Und die Produkte von The Inkey List, die sind generell relativ preiswert. Meistens unter 10 Euro. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Wirkstoffkosmetik. Da könnt ihr euch Seren rein nach Inhaltsstoff, den ihr mögt, auswählen. Und ich habe mir was ganz Interessantes bestellt. Und zwar das Salicylic Acid Exfoliating Scalp Treatment. Ich habe letztens schon mal in dem Video darüber berichtet. Ich habe das jetzt einmal verwendet. Ich fand das richtig, richtig gut, muss ich sagen. Wenn ihr Probleme habt mit einer öligen, fettigen Kopfhaut, die auch zu Schuppen neigt, dann könnte das vielleicht was für euch sein. Das sieht so aus. Da kommt quasi so ein Teil, mit dem ihr das auftragen könnt. Und damit geht ihr euch an den Kopfhaut, gebt das auf die Haare drauf, macht das vor dem Haarewaschen. Ihr lasst das Ganze 10 Minuten einwirken. Und da ist Salicylsäure drin. Und das peelt quasi eure Kopfhaut. Ihr müsst schon wirklich eine ölige Haut haben, dass das Sinn macht, sowas zu verwenden. Aber bei mir ist es extrem. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte auch das Gefühl, dass ich wirklich so rote Stellen auf der Kopfhaut hatte, wo sich schon wirklich so Schuppen gebildet haben. Und dann habe ich das verwendet und das war danach weg. Also das hat mir wirklich sehr, sehr gut getan. Und für so ein kleines Geld dann so einen coolen Effekt zu haben, da bin ich jetzt wirklich sehr froh, dass ich das gefunden habe. Das werde ich einfach so ab und zu mal machen. Ich würde sagen, vielleicht alle zwei, drei Wochen, je nach Bedarf. Oder wenn man halt sieht, dass man Schuppen hat, das löst im Endeffekt die Schuppen, die sich dann bilden. Also durch so eine ölige, fettige Kopfhaut. Und die müsst ihr euch dann halt auch ein bisschen abrubbeln. Aber jetzt aktuell habe ich das gerade nicht und ich habe das heute nicht verwendet. Das ist jetzt ungefähr eine Woche her, dass ich das verwendet habe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Haare nicht irgendwie weniger schnell nachfetten. Aber ich habe nicht so ein schuppiges Gefühl. Also ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, als ich diese Probleme hatte. Und meistens verschwindet das ja dann und dann kommt das irgendwann wieder. Das ist halt eine hormonelle Sache. Da könnt ihr euch mit solchen Produkten behelfen. Aber es wird wahrscheinlich nichts geben, was das dauerhaft entfernt oder so. Sondern es gibt solche Produkte und das finde ich ziemlich gut. Deswegen werde ich das auf jeden Fall weiter nutzen. Und auf den ersten Eindruck hat es mir sehr gut gefallen. Und diese Produkte sind alle um 20% rabattiert. Ihr könnt versuchen, auf jede Bestellung auch nochmal meinen Code FRANKALF anzuwenden. Es geht wahrscheinlich nicht auf jedes Produkt, aber auf viele Produkte. Dann bekommt ihr zum Teil nämlich nochmal einen Extrarabatt von 5%. Probiert es einfach aus. Wenn es geht, ist es ja gut. Letztens ging es auch auf so eine coole Beauty Box. Jetzt ging es auf einmal nicht mehr. Also manchmal funktioniert das auch auf Produkte, auf die es vielleicht nicht so funktionieren soll. Also insofern probiert es einfach. Der Code geht bei mir immer. Und ja, das fand ich auf jeden Fall nicht schlecht, muss ich sagen. So, das zweite Produkt, was ich mir bestellt habe, ist ein klassisches Hyaluronsäure Serum von The Inkey List. Und hier gefällt mir besonders gut dran, dass das ein bisschen mehr Grip hat. Und das soll euch einfach nur Feuchtigkeit spenden. Ich zeige euch mal, was ich mit Grip meine. Wenn ich das hier tropfe. Es ist flüssig, aber... Seht ihr das hier? Das ist nicht wie Wasser, sondern... Da ist ein bisschen Substanz. Vor allen Dingen kriegt man dann wirklich so ein richtig schönes, aufgepolstertes Ergebnis. Das gefällt mir sehr gut. Hier ist zusätzlich auch noch Matrixyl drin. Denn das soll wohl der hauteigenen Kollagenproduktion helfen. Und man kann das morgens und abends verwenden. Ansonsten ist es relativ reduziert von den Inhaltsstoffen. Ja, und das werde ich einfach mal austesten. Bin ich sehr gespannt. Bei Look Fantastic bekommt ihr ja eben diese Marke. Und da könnt ihr wirklich einiges sparen. Die nächste Empfehlung. Etwas, was ich auf den Lippen habe. Auch Maybelline gibt es dort. Und auch Maybelline hat ein Sale von 20%. Lohnt sich mega. Meine absoluten Lieblingsprodukte sind diese Vinyl Liquid Lipsticks, wenn ihr so wollt. Das sieht aus wie ein Gloss, hält aber ewig. Als ich das das erste Mal ausprobiert habe. Ich habe mir zuerst den hier gekauft. Das ist die Nummer 35 Cheeky. Und dann die Nummer 15 Peachy. Der ist mir alleine getragen zu Peach. Das heißt, ich habe den innen drin und den habe ich quasi wie so ein Lip Liner außen drum. Und dann hat man ein relativ neutrales Ergebnis. Weil der ist sehr kühl alleine. Der ist sehr warm alleine. Dadurch wirken die Zähne auch so ein bisschen gelber. Kombiniert ist es mega. Das habe ich gerade drauf. Gefällt mir total gut. Hält super lange. Hält auch Essen aus. Also das ist wirklich richtig krass. Und falls ihr die noch nicht probiert habt, schaut sie euch an. Die beiden Farben finde ich perfekt. Hat mir extrem gut gefallen. So, dann kommen wir mal zu den Sachen von By Terry, wo ich eben von gesprochen habe. Ich wollte schon immer diese super gehypte Foundation testen. Und zwar ist die schon was älter. Die nennt sich Terribly Denseless Foundation. Das ist eine Anti-Wrinkle Serum Foundation. Die wirklich gegen Falten sein soll. Und vor allen Dingen auch langfristig euer Hautbild verbessern soll. Die ist super matt. Ihr könnt das sehen. Sie schreiben, es ist ein Satin Matte Radiance. Ich finde, es ist schon mit eine der mattesten Foundations, die ich habe. Ohne, dass es aber zu cakey ausschaut. Und ohne, dass es so tot matt ist. Also es ist wahrscheinlich schon ein Satin Matte. Die ist ziemlich teuer. Ich werde sie jetzt weiter austesten, ob sie mein Hautbild verbessert. Ich habe sie jetzt schon eine ganze Weile ausprobiert. Mit unterschiedlichen Produkten. Unter anderem auch mit meinem heiß geliebten Brightening CC Serum. Das habe ich jetzt nicht neu. Ihr seht, das habe ich schon was länger. Das habe ich bestimmt schon seit einem guten Jahr ungefähr. Das ist auch ein Produkt. Das würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Das finde ich absolut genial. Wenn ich das kombiniere, ist es ein bisschen dunkel. Wenn ich das also zusammen mische, das kann man machen. Ich trage mir das meistens als Base auf, aber auch nur außenrum im Gesicht. Und dann einfach diese Foundation drüber. Und hier habe ich übrigens die Farbe Nummer 7, Golden Beige. Das ist die dunkelste Farbe. Also die Farbauswahl ist etwas bescheiden, muss man wirklich sagen. Die Konsistenz ist relativ dick. Das Schöne ist, im Sommer hält eine matte Foundation natürlich viel, viel besser als eine total dewy Foundation oder auch so eine natürliche Foundation. Solche Foundations mag ich eigentlich lieber, aber im Sommer kann man echt schnell wie so ein Ölfilm ausschauen. Gerade weil man auch noch schwitzt und dann schwitzt man, wird ölig und dann hat man noch ein dewy Finish. Dann ist das einfach nur noch so eine Glanzbombe, sage ich mal. Ich mag lieber Glanz partiell und deswegen bin ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht von dieser Foundation, wie das Finish auf der Haut ausschaut und wie mir die gefällt. Also finde ich ziemlich cool, ist nur relativ teuer. Also müsst ihr euch überlegen, mit 20% Rabatt geht es. Ohne Rabatt würde ich die wahrscheinlich nicht shoppen, aber so kann man das ausprobieren. Die haben übrigens auch Lancome rabattiert und wenn ihr da schon immer mal diese Luminous Silk Foundation ausprobieren wollt, die ist etwas günstiger und ich finde sie ist recht ähnlich. Allerdings enthält sie sehr viel Alkohol und ist dadurch super austrocknend für die Haut. Also diese Foundation strafft halt die Haut, glättet die Haut und hat noch so ein paar Skincare Benefits. Andere Foundations haben dann vielleicht eher einfach nur den Charakter, ein bisschen Farbe ins Gesicht zu bringen, ohne noch irgendwelche anderen Benefits. Aber dann wisst ihr Bescheid. Also ihr könnt auch auf die andere Foundation richtig sparen. Ich finde sie halt jetzt super praktisch für den Sommer, muss ich sagen. Nur, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr mit der Farbauswahl da was anfangen könnt, weil so viele Farben gab es da nicht. Und wie gesagt, ich bin die Farb Nummer 7, passt für mich wirklich perfekt. Also wenn ihr mein Hautton seid, ich bin so ein MAC NC30, dann könnte das gut passen. Das nächste Produkt von By Terry, was ich auch richtig toll finde, ist der Concealer. Und den habe ich in der Farbe Nummer 4. Daran seht ihr. Also die haben sehr viele Farben für echt helle Häutchen. Und das ist der Terribly Danceless Concealer. Der soll eben auch ein Serum beinhalten, was auch Antifalten ist. Und ich fand halt dieses Konzept cool und wollte es deswegen unbedingt halt in Kombination probieren, weil ich gedacht habe, das macht ja Sinn, dass man das zusammen aufträgt. Und ich muss sagen, mir gefällt das sehr gut. Vor allen Dingen für den Alltag. Ihr könnt diese Foundation auch super mit den Fingern auftragen. Oder mit einem Schwamm oder mit einem Pinsel. Ich habe das alles schon gemacht. Und die hält halt super lange. Und auch der Concealer hält richtig gut. Und ich habe aber für den Concealer ein neues Puder verwendet unter die Augen. Das ist der Oberkracher. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die diese Marke auch rabattiert haben. Aber egal. Ich zeige es euch trotzdem. Normalerweise wisst ihr ja, ich nehme nur von Pat McGrath das Blurring Undereye Powder. Da kommt mir nichts dran. Und jetzt habe ich eins gefunden. Das könnte das gegebenenfalls schlagen. Und zwar habe ich jetzt endlich mal probiert von Laura Mercier das Secret Blurring Powder for Undereyes. Und ich muss sagen, das ist gar nicht so wirklich wie ein Puder. Sondern die Konsistenz davon ist nicht so puderig. Zum Beispiel auch nicht so puderig wie das von Pat McGrath. Sondern hier, so schaut das aus, wenn ich das mal so swatche, da seht ihr kaum Produkt an meinem Finger. Also eigentlich wie gar nicht. Weil das nur so ein Hauch Seide ist. Das ist nur dafür da, dass euer Concealer nicht in die Fältchen rutscht und einfach gesettet wird. Ohne, dass man extra Puder sieht. Ohne, dass die Fältchen betont werden. Also ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Hier ist auch ein kleiner Spiegel mit dabei. Und das werde ich jetzt weiter testen. Aber ich habe es schon drei, vier Tage getestet. Und ich muss sagen, der Concealer hält, was er verspricht. Ich werde es nochmal mit meinen gängigen Concealern testen. Aber mit dem funktioniert es auf jeden Fall perfekt. Finde ich richtig genial. Und das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr nicht das von Pat McGrath haben wollt. Weil das von Pat McGrath funktioniert halt gut. Aber ich kann mir vorstellen, je älter man wird, je mehr Fältchen man hat, desto besser wird das wahrscheinlich sein. Weil es nicht so putrig auf der Haut liegt. Also ein sehr, sehr cooles Produkt. Dann ein neues Produkt, was ich euch gesagt habe. Bei Terry hat auch was Neues rausgebracht. Und zwar eine richtig coole Verpackung schon mal. Der Brightening CC Liquid Blush kommt in einer super schönen Umverpackung. Und das ist so ein kleiner Stift, so ein Pen mit einem Pinsel dran. Und dann klickt ihr hier und dann kommt das Produkt raus. Und ich mache das gerade mal. Und ihr seht schon, das spritzt auch teilweise raus. Ich finde die Verpackung, ehrlich gesagt, nicht ganz so optimal gelöst. So sieht es aus. Ich würde euch auch empfehlen, es nicht unbedingt mit dem Pinsel aufzutragen. Weil jedes Mal, wenn ich das gemacht habe und diese Foundation verwendet habe, dann habe ich mir die Foundation ein bisschen abgetragen. Es war nicht ganz so optimal. Wenn ich es mit dem Finger auftupfe, ist es besser. Ich habe das auch drunter. Aber ich habe jetzt so viel drauf, dass ihr es so nicht mehr wahrnehmen könnt. Ich blende euch ein, wie ich das pur auf Foundation aufgetragen habe. Aber ich verteile es einfach mal hier auf meiner Hand, damit ihr es sehen könnt. Es ist ein wunderschönes Produkt. Ehrlich gesagt gefällt es mir wesentlich besser. Das habe ich jetzt letztens auch ausprobiert, wenn ich es auf eine getönte Sonnenpflege auftrage und nicht auf eine deckende Foundation. Weil wenn ich eine deckende Foundation nehme, dann nehme ich ja meistens eh auch noch Rouge und Bronzer und Highlighter. Und dann kommt dieser Effekt davon gar nicht so richtig zur Geltung. Das ist für mich eher ein Produkt, so schnell one and done. Also ich mache mir das einfach nur drauf, ganz schnell, zackig, zackig und habe einen schönen Glow. Und das gibt es auf jeden Fall. Allerdings würde ich es echt eher zum Beispiel auf so eine getönte Pflege auftragen. Da gibt es ja unterschiedliche getönte Sonnenpflegen. Ich mag ja die von Dermasense total gerne. Dann gibt es auch eine von Origins. Dann gibt es was von Ilja. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Produkte. Und das in Kombination ist geil, weil dann, ihr seht auch, das settet sich wie von selbst. Und dann ist das auch trocken. Und es ist dann, ihr habt Leuchtkraft, ohne dass das rumschmiert. Und da es sich so schnell setzt, ist es ein bisschen tricky, das mit dem Pinsel auf eine deckende Foundation aufzutragen. Also ich finde, dass das nicht optimal funktioniert. Ich würde es lieber so auftragen oder ich würde es halt eher auf eine Foundation auftragen, die nicht ganz so deckend und nicht ganz so matt ist, sondern mehr so ein glänzendes, natürliches Finish. Dann geht es wahrscheinlich auch besser und dann kommt man damit besser zurecht, vor allen Dingen mit der Verblendbarkeit. Aber ansonsten ein sehr schönes Produkt. Gibt es in zwei Farben. Ich muss mal gucken, wie lange das hält. Hier sind sieben Gramm drin. Es ist ganz schön heftig, so vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Vor allen Dingen, weil man wirklich ein bisschen gucken muss, wie funktioniert das für einen. Aber ich werde es weiter testen und werde euch dann auch nochmal updaten. Ich fand das auf jeden Fall auch super schön von der Verpackung alleine. Und ich mag einfach die By Terry-Produkte total. Hier ist überall Geruch drin, hier ist überall ein Rosenduft drin. Aber der verfliegt auch und der ist dann nicht die ganze Zeit auf eurer Haut. Aber das muss man tatsächlich mögen und das muss man auch wissen. Da ist nichts duftstofffrei. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel von Inkey-List, da ist alles duftstofffrei. Duftstofffrei. Also nur, dass ihr das schon mal wisst. So, aber apropos Duftstoffe. Es gibt ja auch Duftstoffe, die man zwingend haben möchte. Und zwar in Form von Parfum. Und da habe ich mir was richtig Cooles ausgesucht. Das wollte ich schon immer mal testen. Ich habe das bei anderen gesehen. Und zwar gibt es von Replica eine Dufttester-Variation zum Ausprobieren. Und zwar sind hier, glaube ich, zehn Düfte drin. Genau, zehnmal zwei Milliliter. Ist relativ teuer. Könnt ihr auch rabattiert kaufen. Könnt ihr auch meinen Code nochmal drauf anwenden. Und hier ist drin Jazz Club, Lazy Sunday Morning, Under the Lemon Tree, By the Fire Blaze, Bubble Bath, Autumn Wipe, Sailing Day, Coffee Break, Beach Walk und Springtime in der Park. Ich habe da ein paar schon ausprobiert. Aber nicht alle. Ich wollte mal ein paar mit euch jetzt hier live testen. Und wenn ihr Lust habt, mache ich dazu auch nochmal ein separates Video. Ich wollte jetzt nicht, dass das zu lang wird. So sieht das dann aus. Beach Walk hatte ich schon mal. Habe ich mir gekauft, weil ich gedacht habe, es ist ein Duke zu Tom Ford Soleil Blanc. Ich muss aber sagen, Beach Walk hat mir gar nicht so gefallen. Es ist mir ein bisschen zu salzig. Dann habe ich ausprobiert, hier schon mal probiert, Bubble Bars. Das riecht wirklich sehr seifig. Also fand ich jetzt okay, aber auch nicht so den Burner. Was ich ganz interessant fand, ist Jazz Club. Das riecht wirklich nicht schlecht. Ich würde sagen, das ist auch unisex. Und jetzt teste ich mal mit euch, das habe ich noch nicht ausprobiert, Under the Lemon Tree. Hört sich richtig schön fruchtig an. Und das brühe ich mir einfach direkt mal auf. Oh ja. Oh, das ist nicht schlecht. Das riecht wirklich toll. Das riecht wirklich toll. Wie ein, ob es ein Zitronenbaum ist. Da sind auf jeden Fall noch andere Noten drin. Diese Maison Margella Düfte sollen einfach immer so einen Vibe wiedergeben, wie er halt heißt. Also Under the Lemon Tree soll dann eben wirklich ganz natürlich nachempfinden, wie das da riecht und wie man sich fühlt. Und Vietschbock riecht halt dann zum Beispiel wirklich so ein bisschen salzig nach Meer, nach ein bisschen Sonnencreme und also dass man so dieses Gefühl dafür bekommt. Und das riecht sehr angenehm. Und das riecht sehr angenehm. Da sind auch ein paar holzige Noten drin. Man riecht auch die Zitrone ganz klar raus. Das ist nicht schlecht, aber ich glaube, das würde ich mir nicht in groß kaufen, weil es mir dann doch zu simpel ist. Und das, was ich ganz interessant fand, auch Lazy Sunday Morning. Da bin ich mal gespannt, was damit gemeint ist, wie ein Lazy Sunday Morning riechen soll. Oh, das ist schon eher mein Vibe. Und ein fauler Sonntag, da stehe ich auf jeden Fall auch drauf. Wow, das riecht richtig gut. Ich könnte gar nicht sagen, was das für Noten sind. So hautakorde, würde ich sagen. Das riecht sehr kuschelig, sodass man damit echt schmusen will und sonntags im Bett bleiben will. Geil. Ja, also da kann man sich schön durchprobieren. Man hat zwei Milliliter. Ich finde zwei Milliliter auch ideal. Ich hatte letztens so ein Sampleset von Creed mit im Urlaub. Und das hatte ich auch davor schon mal mit im Urlaub. Es ist immer noch nicht leer. Weil gerade wenn Düfte relativ potent sind, braucht man ja auch gar nicht so viel. Und so zwei Milliliter Düfte kann man schon, würde ich sagen, fünf bis zehnmal verwenden. Je nachdem, wie viel ihr sprüht. Also vier, fünfmal auf jeden Fall, würde ich sagen. Auch wenn man drei, vier Sprüher macht. Und deswegen, ja, das finde ich ziemlich gut. Das ist ein sehr, sehr schöner Duft. Lazy Sunday Morning. Also den kann ich schon mal empfehlen. Ansonsten werde ich mich durchtesten und update euch. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, dass ich alle mal teste und vielleicht ein Ranking mache oder so, dann schreibt mir das gerne. Dann habe ich nur noch so ein paar Kleinigkeiten. Und zwar habe ich mir nämlich von Bioderma so ein Mizellenwasser bestellt. Das habe ich auch in groß. Ich hätte das auch einfach abfüllen können. Aber ich wollte diese kleine Flasche, das habe ich nämlich schon mal gemacht für den Urlaub. Dann kann man das ausschließlich zum Abschminken nehmen. Das ist nämlich ziemlich cool. Also wenn man irgendwie ganz schnell sich abschminken will und man keinen Bock auf einen Abschminkbaum hat. Wobei ich großer Fan von Abschminkbaums bin. Aber gerade für die Augen brauche ich manchmal schon was separat. Dafür ist das sehr gut. Auch für Lippenstift ist das sehr gut. Und generell, wenn man ein Make-Up-Patzer hat, ist es sehr gut. Und wenn die Haut gestresst ist von zu viel Sonne, ist es gut. Es ist das beste Mizellenwasser, was es gibt meiner Meinung nach. Ich liebe es. Und das gibt es halt auch in klein. Und deswegen dufte es mit. Und was habe ich noch genau? Und noch einen Nachkauf sozusagen von Inglot. Das Dura-Line. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist der absolut hammergenialste Shit ever. Und zwar ist das ein Mixing-Medium, womit ihr eure Pigmente und Lidschatten wasserfest machen könnt. Und das ist auch mega cool für den Urlaub gedacht. Ihr mixt das einfach zum Beispiel mit solchen Pigmenten von Inglot. Und dann hält das auf dem Lid. Ich hatte das in Thailand mit. Deswegen brauchte ich auch ein neues. Das ist anscheinend nur neun Monate haltbar. Meins ist noch nicht aufgebraucht. Aber ich habe es schon weggeschmissen, weil ich es schon drei oder vier Jahre habe. Und ich hatte es halt auch mit in der Hitze. Und ich habe dann Angst, sowas am Auge zu verwenden, wenn das flüssig ist. Und ich es zu lange offen habe. Deswegen habe ich es neu bestellt. Das kostet auch um die neun Euro, meine ich. Vielleicht ist das auch rabattiert. Also wenn ihr sowas sucht, das ist auch eine gute Alternative zu einem Glitterglow. Also damit kann man wirklich sehr gut arbeiten. Gerade auch mit solchen losen Pigmenten dann. Also falls ihr sowas habt, diese losen Pigmente von Inglot, davon habe ich bestimmt zehn Stück, habe ich an unterschiedlichen Orten gekauft. In Vegas, in Prag. Immer wenn so ein Inglot-Laden ist, stürmen wir da rein und dann müssen wir da was kaufen. Also zumindest mein Mann findet das immer mega. Und ich habe es dann im Urlaub getragen mit diesem Mixing-Medium. Ich bin damit ins Wasser gegangen. Ich habe das sogar gefilmt, weil das dann wirklich wasserfest ist. Also dann könnt ihr einfach so ein bisschen Fun auch im Urlaub haben. Auf dem Augenlid drauf. Ein bisschen Schimmer. Und das hält bombenfest die ganze Zeit. Und mehr braucht man dann ja nicht. Also man will ja dann keinen Lidschatten verblenden oder so. Sondern sich einfach nur was drauf tupfen, dass man so ein bisschen Glitter hat. So geht es mir zumindest. Und dann sieht das super schön aus. Ja, also das kann ich euch empfehlen. Jetzt zeige ich euch noch zu guter Letzt, was ich von Clinique bekommen habe. Und zwar freue ich mich mega darüber, dieses Take the Day of Balm auszuprobieren. Übrigens könnt ihr auch auf diese Produkte reichlich sparen bei Look Fantastic. Das ist ein ganz normales Abschminkbalsam. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ich kannte nur die flüssige Version davon. Das ist auch komplett geruchsfrei. Und ja, ich werde es testen und werde euch updaten. Dann haben die mir auch dieses Moisture Source Face Spray. mitgeschickt. Das fand ich auch nicht schlecht. Also das ist so ein richtig tolles Spray, um euer Gesicht einfach zu hydratisieren. Gerade im Sommer sehr schön. Ist super schön, wenn das im Kühlschrank steht. Hat einen ganz schönen feinen Nebel. Könnt ihr euch also auch über Make-up drüber sprühen. Das ist mir immer sehr wichtig. Dann haben sie mir eine Wimperntusche. Und zwar die absolute Bestseller-Wimperntusche mitgeschickt. Die High Impact Mascara. Und das ist übrigens auch das Produkt, was ich an einen von euch verlose. Denn ich habe die bereits noch hier. Das ist eine der ersten Wimperntuschen, die ich mir je gekauft habe. Weil mir das meine Mutter empfohlen hat. Die ist nämlich augenärztlich getestet. Gerade wenn man super empfindliche Augen hat. Und meine Mutter war total begeistert davon. Und deswegen habe ich es mir dann auch gekauft. Und deswegen habe ich mir überlegt, könnt ihr das gewinnen, dass ihr es auch mal testen könnt, wie ihr das findet. Das ist eine ganz klassische Alltagswimperntusche, die ich echt super finde. Und was ich auch ziemlich schön fand, das habe ich noch nie probiert, aber eben heute auch mal ausgetestet. Die haben auch Eyeliner. Und ich mag besonders gerne solche Quick Liner, wo man nicht spitzen muss. Die man einfach aufdrehen kann. Und dann könnt ihr euch eure Augen umranden. Super geeignet für Smoky Eyes. Also das fand ich ziemlich cool. Vor allen Dingen hat der auch auf der anderen Seite so einen kleinen Smatscher. Damit kann man das dann verblenden direkt, wenn man kein Wattestäbchen nehmen will. Das hat mir sehr gut gefallen. Also die Produkte gibt es natürlich auch bei Look Fantastic. Schaut gerne in die Infobox, wenn ihr euch da noch ein bisschen informieren wollt. Mir haben die Sachen sehr viel Spaß gemacht, die jetzt auch auszuprobieren, euch zu zeigen. Schreibt mir gerne, ob ihr davon schon was kennt und schon getestet habt. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, auch so für nächste Videos, ob ich sowas zum Beispiel nochmal ein Parfum-Video machen soll, dann schreibt mir das gerne. Denn ich habe auch etliche andere Parfums gekauft. Aber das würde jetzt den Umfang sprengen. Schaut gerne einfach mal auf diesen generellen Link bei Look Fantastic, wo ihr sparen könnt. Da sind 500 Artikel oder sowas, die alle rabattiert sind. Und dann könnt ihr euch einfach mal ein bisschen durchscrollen, bis zu 40%. Also ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Glück bei der Verlosung. Wie gesagt, es gibt ein super Beauty-Paket im Wert von über 200 Euro zu gewinnen. Ich sage vielen Dank an Clinique für die Produkte und auch an Look Fantastic. Und natürlich an Armed Angels, dass ihr einen Teil des Videos gesponsert habt. Ich verlinke euch alle Produkte unten in der Infobox. Da könnt ihr es nochmal nachlesen. Und dann wünsche ich euch jetzt einen ganz schönen Tag. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao.